In der Nacht vom 25. auf den 26. April 1986 explodiert der Reaktor Nummer 4 des Kernkraftwerks in Tschernobyl. Radioaktive Gase steigen bis in 1000 Meter Höhe auf. 70 Prozent der Radioaktivität gehen in der Umgebung des Kernkraftwerks und auf weißrussischem Gebiet nieder. Der Reaktorkern brennt zehn Tage und die radioaktive Wolke breitet sich langsam über ganz Europa aus. Die Menge der radioaktiven Elemente, die über dem europäischen Territorium niedergehen, lässt sich nicht beziffern. Die Radioaktivität von Jod und Cäsium in der Natur und in lebenden Organismen wird in Becquerel gemessen. Ich erinnere mich an Kundinnen, die bei uns in Frankreich weder Spinat noch Salat aßen. Man sah bei uns auch öfter Mütter mit Kinderwägen, die eine Art Maske trugen. Und ich fragte mich, warum machen die Leute das bloß? Wir hörten damals Gerüchte über eine Explosion in einem russischen Kernkraftwerk. Es hieß, wir würden den radioaktiven Fallout abbekommen und müssten alle sterben. Ich hatte große Angst, ich war zwölf Jahre alt. Es blieb natürlich ein zentrales Problem. Die norwegische Regierung sieht die Kernkraftwerke in Schweden, Großbritannien und anderswo mit großer Sorge. Ich war genauso hilflos und ratlos wie alle anderen, die das verfolgt haben. Es hat dann doch ein paar Tage gedauert, bis wir unsere Regierung in Deutschland richtig angegriffen haben und die eine gute Öffentlichkeitsarbeit versucht haben durchzusetzen. Es mussten ja wirklich auch in Deutschland Leute gewarnt werden. Es musste geklärt werden, was man eigentlich essen darf, ob Kinder draußen spielen dürfen. In Frankreich erfuhr man ja erst nichts, weil wir angeblich durch ein Hochdruckgebiet geschützt waren. Wir recycelten damals das Regenwasser von den Dächern. Ich dachte, wenn die radioaktive Wolke aus Tschernobyl zu uns käme, würden ja auch radioaktive Teilchen auf die Dächer und ins Wasser gelangen. Dann hätten wir ein Kontaminationsproblem. Also entnahm ich zusammen mit einigen anderen Proben. An der Fakultät für Nuklearphysik in Villurban konnten wir alle radioaktiven Elemente aus dem Reaktorunglück in Tschernobyl nachweisen. Unsere Region hat sicherlich viel Radioaktivität abgekriegt. Ich dachte, Radioaktivität sei eine Krankheit, die sich in fünf bis zehn Tagen zeigt. Nach fünf bis zehn Tagen tauchen die Symptome auf. Niemand hatte richtig mitbekommen, was das in Zukunft alles mit sich bringt. Da die Ergebnisse nicht unmittelbar waren, konnten es die Leute nicht wissen. Niemand konnte etwas wissen. Die Informationen waren gleich null. Ich weiß nur, dass sie im Fernsehen sagten, es bestünde keine Gefahr. Es hieß nur, man sollte etwas vorsichtig sein. Und das sagten sie erst Tage später. Bis nach Ostern haben sie damit gewartet. In so einer Situation sollte man nicht fliehen. Die Menschen sollten zu Hause bleiben, die Nachrichten im Radio hören und alle Fenster und Rollläden schließen. Außerdem sollten sie Risse und Spalten an den Fenstern mit Klebeband abdichten. Niemand sollte aus dem Haus gehen, bis in den Nachrichten zu hören ist, dass alle radioaktiven Stoffe auf dem Erdboden gelandet sind. Das französische Institut für Strahlenschutz und Nukleare Sicherheit, IRSN, stellt hier in einer Computersimulation dar, wie sich die radioaktive Wolke zwischen dem 26. April und dem 9. Mai 1986 über Europa ausgebreitet hat. Untertitelung des ZDF, 2020 Als Japaner habe ich mich lange Zeit mit den Problemen von Hiroshima und Nagasaki beschäftigt. Als ich die Nachricht erfuhr, fragte ich gleich bei der Zentrale in Genf nach, wie schlimm die Dinge stehen. Es gab damals sechs Regionalsektionen der Weltgesundheitsorganisation WHO. Für den Vorfall in Tschernobyl war das Europa-Office zuständig. Das heißt, nachdenken und verantwortbare Konsequenzen ziehen. Erstens, wir brauchen Mindestsicherheitsstandards für den Bau und den Betrieb aller weltweit betriebenen Kernkraftwerke. Zweitens, diese Sicherheitsstandards müssen jederzeit vor Ort von unabhängigen internationalen Sicherheitsinspektoren überprüft werden. Und die Kombination von ziviler und militärischer Nutzung von Kernkraftwerken stellt sich, wie Sie wissen, Herr Kollege Arndt, in erster Linie in der Sowjetunion. Drittens, im Unglücksfall müssen sich alle Regierungen... Die Vertreter der IAEO, der Internationalen Atomenergieorganisation, die sich zu diesem Zeitpunkt mit der Sache befassten, waren alles Nuklearspezialisten und keine Gesundheitsexperten. Daher glaubten sie mir auch nicht, als ich zum ersten Mal nach Minsk kam und sie darauf aufmerksam machte, dass Radioaktivität Schilddrüsenkrebs auslösen kann. Nach dem ersten Schock ergriffen einige Länder wie Deutschland, Österreich, England oder Griechenland für einige Monate Vorsichtsmaßnahmen. Aber nur Norwegen entwickelte eine ausgefeilte Strategie, um der Kontamination entgegenzuwirken. Der Fallout, der durch dieses Unglück verursacht wurde, erreichte Griechenland am 2. Mai 1986. Das Labor für Umweltradioaktivität wurde dort 1960 gegründet. Vor allem wegen der großen Zahl von Atomtests, die von den großen Atommächten, den USA, der UdSSR und so weiter, in der Atmosphäre durchgeführt wurden. Das ist ein Teil unserer alten Proben. Wir bewahren sie seit Jahren auf. Hier haben wir welche vom Tschernobyl-Unglück. Diese Filter hier. Die eingeatmete Dosis war wirklich unbedeutend. Die Einnahme von Iod-Tabletten war keinesfalls gerechtfertigt. Daher empfahlen wir den Behörden auch nichts in diese Richtung. Niemand nahm Iod-Tabletten. Es war völlig unnötig. Wir begannen am 30. April mit den Radioaktivitätsmessungen und führten sie bis 5. Mai fort. Vor allem im Gebiet Drom waren erhöhte Werte nachzuweisen. Es stellte sich uns schon bald die Frage nach der Belastung bei erhöhter Radioaktivität, zumal die EG am 16. Mai Grenzwerte herausgegeben hatte, die bei 500 Becquerel pro Liter Milch lagen. Bei uns lag der Gehalt aber eher bei 2000 bis 3000 Becquerel. Wir hatten also die von der EG empfohlenen Grenzwerte deutlich überschritten. Unsere Behörden behaupteten aber, das seien rein ökonomische Grenzwerte, keine gesundheitsrelevanten. Es gab aber zwei verschiedene Grenzwerte für Kinder und für Erwachsene. Die Werte waren also durchaus gesundheitsrelevant. Je nach Stärke und Konzentration radioaktiver Strahlung können Schilddrüsenerkrankungen auftreten. Diese reichen von der Schilddrüsenentzündung bis zum Schilddrüsenkrebs. Aber eine zusätzliche Jodgabe bietet Schutz vor der Aufnahme von radioaktivem Jod. Die polnische Regierung nahm nach dem Reaktorunfall in Tschernobyl Kontakt mit Nesterenko auf, dem Strahlenschutzverantwortlichen für Weissrussland, und fragte ihn, was sollen wir tun. Er antwortete, verteilen Sie Jod-Tabletten. Der oberste Sowjet lehnt das für unser Land ab, aber Sie können sofort handeln. Es wurde Jod an 10 Millionen Kinder und eine Million Erwachsene ausgegeben, und sie trugen keine schwerwiegenden Spätschäden davon, weil dann die Schilddrüse durch nicht-radioaktives Jod gesättigt ist. Dies war also eine Maßnahme, die sich durch eine hohe Wirksamkeit auszeichnete. Ich komme auf die Vorbeugung zu sprechen, als wir 1986 vom Herannahen dieser radioaktiven Wolke erfuhren. Zunächst waren alle Anbauprodukte, wie zum Beispiel Weizen, verseucht. Es gab aber die Möglichkeit, den kontaminierten Weizen mit Weizen von der Ernte des Vorjahres zu vermischen, sozusagen zu verdünnen, damit man einen geringeren Gehalt an Radioaktivität erhielt. Diese Anweisung wurde damals erteilt. Doch ich weiß nicht, ob sich alle Weizenproduzenten daran hielten. Außerdem hieß es, dass die Tiere nicht vom verseuchten Gras fressen, sondern in Hallen gebracht werden sollten, wo Futtermittel aus früheren Jahren gelagert wurden. Das hatte man uns auch gesagt. Der Genuss von Frischmilch war natürlich verboten. Denn über die Milch würde man die höchste Verseuchung mit radioaktivem Jod überhaupt aufnehmen. Jod, Cäsium und alle anderen Radionuklide haben eine begrenzte Lebensdauer, auch Halbwertszeit genannt. In dieser Zeit halbiert sich die Menge des radioaktiven Stoffs. Der Abbau erfolgt zunächst recht schnell, aber erst nach zehn Halbwertszeiten ist praktisch fast nichts mehr übrig. Der Abbau erfolgt von Frischmilch. 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 In Frischmilch hat die Welt getötet. Wir haben die noch ein Abbau, und wir können die Verkauf fliegen. Wir haben die Abbau auf die Welt verfolgt von Frischmilch. Wir werden die Überbruchung des Sprichilz. Wir werden die Frauen nicht verfolgsge postponed. Wir wollen die Einflüge in die Landwirtschaft. Wir haben das alles geplant. Wir haben die Abbau in den unendigen genannt. Wir werden die Abbau in den Lebenswürgen. Wir haben die Abbau in den Arbeitsmarkt. Wir haben die Abbau in die Welt einbautosах. In der Schweiz ist es ein anderes Schadens. Ich habe eine andere Seite. Ich habe den Hübschern. Hast du hier noch einen Hübschern? Nein, hier ist es nicht. Ich weiß nicht. Ich habe dann das Hübschern. Ich habe dann den Hübschern. Ich habe dann den Hübschern. Ich bin hier oben. Ich habe dann die Hübschern und die Katerina. Ich habe dann die Hübschern. Ich habe dann ein bisschen. Die Lebensdauer des chemischen Elements Cäsium ist in einem Boden, der regelmäßig umgewälzt wird, nicht vergleichbar mit der in einem stabilen Boden, wie einer Weidefläche oder einem Wald. Regen spült das Cäsium von den Bergen herunter. Es sammelt sich im Tal und sickert dort in den Boden. In einem torfigen Boden hält es sich sehr stabil an Ort und Stelle und wird dort als radioaktive Substanz nur langsam abgebaut. Deshalb gibt es in den Alpen einige Orte, die absolut sauber sind, deren Täler aber sehr stark kontaminiert sind. Wenn man dort seine Schafe oder Ziegen unten weiden lässt, wird die Milch radioaktiv verseucht. Wenn sie aber oben auf den Hängen grasen, bleibt die Milch sauber. Die Unterschiede von Weide zu Weide sind also beträchtlich. Es dauerte zehn Jahre, um diesen Atlas der Cäsium 137 Belastung zu erstellen. Er zeigt die Zonen hoher Kontamination, die sich bis in über 2000 Kilometer Entfernung vom Kernkraftwerk ausdehnen. In Reliefdarstellung zeigt er die radioaktive Belastung in Europa, bis über 40.000 Becquerel pro Quadratmeter. Im Waldres gibt es ganz viele Bergseen mit wohlschmeckenden Forellen. Diese Forellen werden auch zur Herstellung einer norwegischen Spezialität verwendet, dem vergorenen Ragfisk. Wir angeln hier alle und essen den Fisch auch. Kurz nach Tschernobyl waren die Seen, vor allem oben bei Finstra, sehr stark kontaminiert. Wir hatten bei den Bergforellen Messwerte von fast 30.000 Becquerel pro Kilo Fisch. Da verging einem die Freude am Angeln und auch der kommerzielle Fang wurde eingestellt. Aber zum Glück betrug die ökologische Halbwertszeit in den Kalten Bergseen nur zwei Jahre. Also haben wir heute keine Probleme mehr mit unserem Fisch. Er wird kontrolliert und darf unbeschränkt geangelt, verzehrt und auch verarbeitet werden. Im September 1986 besuchte mich eine schwangere junge Frau mit einem kleinen Jungen von etwa drei Jahren. Sie hatte in einer Cola-Flasche Milch von ihren eigenen Kühen dabei. Diese Milch von ihrem Hof hatte zwischen 400 und 500 Becquerel pro Liter. Und da wurde mir bewusst, dass diese kleinen Kinder oben im Waldress der stärksten Hintergrundstrahlung ausgesetzt sind. Sie trinken die Milch von den Kühen, die am meisten abbekommen haben. Sie essen viel Fisch aus dem Bergseen der Umgebung mit hohen Werten. Sie essen das Fleisch vom eigenen Bauernhof. Mir wurde plötzlich klar, dass es den Durchschnittsmenschen nicht gibt. Wir sind alle Individuen. Jeder hat seine besondere Strahlenbelastung abbekommen. Das war für mich der Ansporn, etwas zu unternehmen. Wenn ich durch meine Arbeit, durch Informationen, durch meine Anwesenheit hier auch nur einen Menschen davor bewahren konnte, Krebs zu bekommen, hat es sich gelohnt. Das war für mich. Haben denn die Landwirte hier in der Gegend nach dem Unglück von Tschernobyl ihre Lebensweise geändert? Ein Bauer hat die Landwirtschaft aufgegeben. Er hatte Schafe und seine Weiden waren oben im Waldressfjell, dort wo es am schlimmsten war. Teilweise war die Milch sehr stark kontaminiert, aber es wurden nicht auf allen Höfen Messungen vorgenommen. Wenn der Milchlaster seine übliche Route fuhr, wurde die Milch mit großer Wahrscheinlichkeit einfach nur im Tank verdünnt. In Norwegen war man der Ansicht, wenn die gesamte Milch im Tank immer unter dem vorgeschriebenen Grenzwert bliebe, wäre das kein Problem. Ich finde aber, dass das doch auch eine ethische Frage ist. Oder eine philosophische. Ja, philosophisch. Die Milch wurde verdünnt und hatte damit also eine geringere Wirkung auf einen größeren Personenkreis, statt bei einem kleinen Personenkreis großen Schaden anzurichten. Das heißt, dass als Schutzmaßnahme nur das Prinzip der maximalen Verdünnung angewandt wird und über eine Begrenzung der kontaminierten Stoffe gar nicht nachgedacht wird. Ich habe gesehen, wie viereinhalb Tonnen Blaubeeren aus einem stark kontaminierten Gebiet in Weißrussland mit anderen vermischt wurden und später wohl mit einer unter dem Grenzwert liegenden Kontaminierung auf den Markt kamen. Es wurden aber auch tonnenweise Fleisch und Milch sowie andere Lebensmittel vernichtet, weil die Grenzwerte überschritten waren. Die Landwirte und die Behörden in Norwegen hatten schon bald erkannt, dass sie etwas tun mussten, um weiterhin Lebensmittel für die Menschen und nicht nur für die Müllhalder zu produzieren. 1988 war das schlimmste Jahr. Manche Bauern im Waldriss mussten ihre Schafe acht Wochen lang zur Dekontaminierung von den Weiden holen. Dann gab es neue Messungen und es kamen nochmal acht Wochen dazu. Insgesamt bekamen sie über vier Millionen Kronen an Zuschüssen für diese Maßnahmen. Ein Teil der Rinder wurde mit Preußisch-Blau gefüttert, bevor man sie nach draußen auf die Weide schickte. Andere wurden gar nicht behandelt. Wie man sieht, überschreitet bei den Tieren, die überhaupt nicht behandelt wurden, die Milch schnell die zulässigen radioaktiven Grenzwerte. Wenn man jedoch Preußisch-Blau anwendet, kann man die radioaktive Konzentration in der Milch um mindestens 50 Prozent reduzieren. Der Extremfall waren die Rentiere, zum Beispiel in Snorza, wo die Samis täglich Rentierfleisch essen. Für sie war es eine Katastrophe. Für sie war es eine Katastrophe. Es war eine Katastrophe für sie. Es war eine Katastrophe für sie. Im ersten Sommer wurden Rentierkühe und Kälber geschlachtet. Man entnahm nur eine kleine Fleischprobe und der Rest des Rentiers wurde vergraben. Wie Giftmüll. Das war ein schreckliches Erlebnis. Keiner wusste etwas. Man bekam keine Informationen. Alle sagten, es sei hochgefährlich und wir müssten sie vergraben. Als wir im September schlachteten, sollte das Fleisch an die Nerze und Füchse verfüttert werden. Und auf einmal hieß es, wir sollten keinen Fisch mehr essen, keine Beeren, keine Pilze. Wir sollten uns nicht mehr auf die Erde setzen. So ging das jedenfalls in Schweden. War das in Norwegen auch so? Ja. Es gab hier oben also auch eine außergewöhnlich hohe Hintergrundstrahlung. Ja. Als ich zeigte, dass die Rentierzucht stark von der Radioaktivität betroffen war, fragte man mich, ob ich mitmachen würde. Und das wollte ich, denn ich beschäftige mich ja mit der Rentierzucht. Ich war sehr gespannt, inwieweit sie betroffen war. Ich war sehr gespannt, wie sie war berührt. Wie war die Radioaktivität hier im ersten Jahr? Hier? Ja. Wir waren im ersten Jahr im Jahr. Ich glaube, wir waren im ersten Jahr. Ja, das war ja. Ja, das war ja. Ja, das war ja. 490 Euro war hier. Ich hatte keine Ahnung hier. Nein. 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 Ja. Ja. Die Münze sind hier. Hier ist es. Hier ist es. Nein. Wir sorgten uns weniger um die wirtschaftliche Seite, als um die Zukunft der Rentiere. Darum, welche genetischen Schäden die Tiere davontragen könnten. Ob diese genetischen Schäden an den Nachwuchs weitervererbt würden. Diese Dinge beschäftigten mich am meisten. Der Staat hatte ja schon sehr bald angekündigt, dass wir keinen wirtschaftlichen Schaden erleiden sollten. Davor hatten wir also keine große Angst. Wirtschaftlich sind wir ziemlich anpassungsfähig. Wir können uns ziemlich einschränken, wenn es sein muss. Das seltsame war, Schweden und Norwegen liegen dicht beieinander. Doch man operierte mit zweierlei Messwerten. Norwegen hatte 6000 Becquerel pro Kilo als Spitzenwert und Schweden nur 3000 pro Kilo. Die samischen Rentierzüchter konnten angeblich 3000 Becquerel pro Kilo im Rentierfleisch vertragen. Die Normalbürgern mutete man nur 300 Becquerel zu. Schon merkwürdig. Man hatte 1965 begonnen, die Samis und ihr Fleisch wegen der Atomtests in der Atmosphäre zu untersuchen. Dabei hatte man festgestellt, dass Rentierfleisch besonders anfällig für radioaktive Versorgung ist. Die Samis, die besonders viel Rentierfleisch essen, wurden dadurch zur Risikogruppe. Während weiter Gerüchte kursierten, zog die WHO eine erste Bilanz der Katastrophe. Und die europäischen Ärzte begannen mit epidemiologischen Erhebungen für verschiedene Erkrankungen. Ein weißrussischer Arzt machte dabei ganz allein eine Entdeckung, über die niemand sprach. Damals erkrankte noch kaum jemand an Leukämie. Aber es wurde bald berichtet, dass mehr Kinder mit Behinderungen geboren wurden, dass die Geburtenrate zurückging. Und es gab Meldungen, dass es immer mehr Probleme bei Schwangerschaften gab und sich die Gesundheit der Kinder verschlechterte. Man kann keine allgemeinen Schlussfolgerungen aus dieser Zeitspanne von 15 Jahren ziehen. Selbst aus Hiroshima und Nagasaki gibt es keine abschließenden Ergebnisse. Besonders nicht über die Probleme der Leidtragenden. Wir hatten einen Viehzüchter, der hieß Argirio Philippos, Sohn des Stephanos. Er lebte in den Bergen von der Viehzucht. Er hatte 150 Ziegen und lebte im Freien. Ab und zu, einmal im Monat, kam er runter ins Dorf, ins Kaffeehaus, um ein Schnäpschen, einen Ziporo zu trinken. Und gleich danach ging er wieder zurück zu seiner Viehzucht. Plötzlich, mit 56, bekam er Probleme. Er kriegte keine Luft. Man brachte ihn nach Thessaloniki, man brachte ihn nach Athen, in Krankenhäuser, genauer gesagt ins Krankenhaus Sotiria in Athen. Man stellte Krebs fest. Nach einem Monat war er tot. Noch ein Fall. Es war jemand, der über alle Berge und Täler schon marschiert war. Konstantinus Kurdas, Sohn des Georgios. Weder rauchte er, noch trank er Alkohol, gar nichts. Er trank nur reines Wasser. Es gibt viele Krebserkrankungen und sie werden immer häufiger. Ich kannte viele Hirten oben in den Bergen, die heute nicht mehr leben. Zum Beispiel gab es bei neugeborenen Tieren viele Teratogenesen, beziehungsweise unterschiedliche Dysplasien, also Missbildungen. Manche könnten erblich bedingt sein. Zum Teil könnten sie allerdings auch durch Verseuchung hervorgerufen worden sein. Weißt du, was beunruhigend ist? Dass man aus der Gegend von Tschernobyl Weizen oder Gerste auf den Markt bringt. Die wenigsten wissen, wo das alles herkommt. Man gibt es zwar den Tieren, aber wir essen doch dann die Tiere. Da es billiger ist, heißt es, was kümmert es dich, wo es herkommt? Ich habe mal mit einem gesprochen, der sich damit auskennt. Das kommt aus Russland, sagte er, aus der Nähe von Tschernobyl. Die wissen nicht, wohin damit. Und wir kaufen es günstig. Ob die das kontrollieren, weiß ich nicht. So habe ich es gehört und nur so sage ich es weiter. Wer weiß, wie sicher man bei dem sein kann, was man ist? Ja, wer weiß. Es macht mich ziemlich betroffen, dass wir nicht die Rahmenbedingungen für solche Untersuchungen schaffen. In Frankreich leben wir seit 40 Jahren mit Kernkraftwerken. Aber wir haben nur 11 Krebsregister, um die Anzahl der Krebsfälle in einer Region zu ermitteln. Weshalb? Nach dem Reaktorunfall in Tschernobyl beantragten die Anti-Atomkraft-Organisation Crirat und ich, damals noch als Abgeordnete, dass epidemiologische Studien begonnen in den Registern und Register zu Schilddrüsenerkrankungen geführt werden sollten. Aber leider ist nichts passiert. Wenn gehäuft Tumorprobleme auftreten, fragt man sich doch, weshalb nicht alle Tumorfälle bzw. Missbildungen erfasst werden. Nichts geschieht. Die Deutschen haben eine Reihe von Studien durchgeführt, unter anderem zum Thema Säuglingssterblichkeit. Es zeigte sich, dass die Säuglingssterblichkeit nach Tschernobyl in einigen der am stärksten verseuchten Regionen, wie in Bayern, Ostdeutschland oder Berlin, um 8 Prozent anstieg. Auf 80 Millionen Deutsche bezogen, stieg sie insgesamt um über 4 Prozent. Ein erschreckend hoher Wert, wie es ihn sonst nirgendwo gab, aber nur, weil dort einfach keine Studien durchgeführt wurden. Die Untersuchungen in Deutschland zeigen außerdem eine signifikante Zunahme von angeborenen Missbildungen in Tälern mit massiven radioaktiven Niederschlag. Die Schweden etwa haben in den Gebieten mit radioaktiven Niederschlägen sehr gute Arbeit geleistet. Ihre epidemiologischen Studien über Krebsfälle konnten jetzt endlich veröffentlicht werden. Es lohnt sich wirklich, diese Leute zu kontaktieren. Sie haben hervorragende Arbeit geleistet, aber man versucht sie totzuschweigen und bedroht sie sogar. Das war gar nicht angenehm für die Familie. Als wir den Zusammenhang entdeckt haben zwischen diesen Abweichungen und der Aufnahme von Radiocesium in den Körper, sind wir mit Juri Ivanovic rausgegangen und haben die Sache durchdiskutiert. Dann sagte er, komm, untersuchen wir einige gesunde Kleinkinder, die den Kindergarten besuchen. Und dann haben wir gesehen, dass es sogar bei 60 Prozent der als gesund eingestuften Kinder Abweichungen bei ihrem EKG gibt. Als wir dann zu diesen Daten noch die Messungen der Gammastrahlen im Körper, also Cäsium 137 hinzugenommen haben, entdeckten wir eine interessante Regelmäßigkeit. Bei Kindern mit einer höheren Cäsiummenge im Körper, und hier zählten 20 Becquerel pro Kilogramm bereits als höhere Menge, kann eine Abweichung der elektrischen Leitfähigkeit vom normalen Wert beobachtet werden. Das heißt, je höher die Dosis, desto schwerer oder komplexer die elektrophysiologischen Abweichungen in den EKGs. Haben Sie sofort die politische Gefährlichkeit dieser Entdeckung erkannt? Ja, schon. Zuerst hatte ich Angst um meine Familie, nicht um mich selbst, sondern eher um meinen Mann, da er der Chef der Abteilung war. Ich habe ihm gesagt, hör mal, wenn das nicht stimmt, wenn wir einen Fehler gemacht haben und das veröffentlichen. Am 18. Juni 2001 wurde Professor Yuri Bandashevsky von der weißrussischen Regierung wegen Korruption zu acht Jahren Haft verurteilt. Unter dem Druck internationaler NGOs ist er seit dem 5. August 2005 auf Bewährung wieder frei. Bandashevsky hat lediglich gezeigt, dass man bei der Messung der Radioaktivität bei einer Person, zum Beispiel einem Kind, mit einem Spektrometer nur einen diffusen Wert misst. So als wäre das Kind ein Sack Wasser, der eine bestimmte Menge Cäsium enthält. In Wirklichkeit hängt es vom Alter ab, welches Organ die Radionuklide aufnimmt. Es ist nicht immer dasselbe. Bei ganz kleinen Kindern kann die Bauchspeicheldrüse bis zu 12.000 Becquerel pro Kilo aufnehmen, wie Bandashevsky zeigte, während Fettgewebe, Haut oder Knochen nur extrem wenig enthalten. So erhält man einen Durchschnittswert wie für einen Sack Wasser. Aber das Kind ist kein Sack Wasser. Beim Kind wird die Thymusdrüse kontaminiert, die sein Immunabwehrorgan ist, und seine endokrinen Drüsen, die seine gesamte Entwicklung steuern. Gerade diese Zellen sind von der radioaktiven Verseuchung besonders stark betroffen. Es wurden einige Arbeiten veröffentlicht, aber vor allem in russischsprachigen Zeitschriften, die also der internationalen Wissenschaftsgemeinschaft nicht zur Verfügung stehen. Es gab zwar auch Artikel in einer englischsprachigen Zeitschrift, allerdings hatte diese Zeitschrift keine breite internationale Leserschaft. Es geht gar nicht um die Frage, ob die Aussagen in diesen Artikeln wahr oder falsch sind, sondern nur darum, dass diese Artikel Ergebnisse erwähnen, die überprüft werden müssen. Die internationalen Instanzen sehen sich keinen Artikel an, der nicht peer-reviewed ist. Peer-reviewed heißt, dass der Artikel von der Atomlobby genehmigt wurde, zumindest von der IAEO oder von Los Alamos. Beide haben schon Bomben bauen lassen. Dann ist da noch die Größe der untersuchten Populationen. Hier muss man wohl die Verfahren der Epidemiologie infrage stellen. Man braucht dafür Millionen Fälle. Die Population der Samis in Südnorwegen umfasst aber nur 2.500 Personen. In den kontaminierten Gebieten Weißrusslands, zum Beispiel im Bezirk Bragin, sind es etwa 12.500. Das bremst die Untersuchungen erheblich, weil man keine Dimensionen erreicht, in denen diese Studien internationale Aussagekraft erhielten. Ich glaube, hier liegt ein Grundproblem. Wie kann man etwas untersuchen, wenn man sich außerhalb des wissenschaftlichen Rahmens bewegt? Außerdem hat Dr. Langfelder in München Studien an epidemiologischen Registern aus der Tschechoslowakei durchgeführt. Er fürchtet eine exponentielle Zunahme von Schilddrüsenkrebs. Für diesen Zweck sind die Register ausreichend. Das ausgewählte Modell ist wissenschaftlich repräsentativ. Die sehr umfassenden Arbeiten von Bandaschewski hätten das Problem der Grenzwerte in Nahrungsmitteln grundsätzlich in Frage gestellt. Gleichzeitig wurden durch die Internationale Atomenergieorganisation aber sehr hohe Grenzwerte für künftige Reaktorkatastrophen festgelegt. Bandaschewskis Arbeiten stellten diese Grenzwerte nun in Frage. Ein Beispiel, sie legten den Grenzwert für Milch bei 20 Becquerel pro Liter fest, aber international sollte er auf 1000 angehoben werden. Diese Forschungsergebnisse hätten den internationalen Strahlenschutz also komplett verändert. Außerdem ist da noch ein zweiter Aspekt. 90 Prozent aller Wissenschaftler, die sich mit Radioaktivität befassen, gehören der Atomlobby an. Es sind Ingenieure oder Wissenschaftler, die der Atomenergieorganisation unterstellt sind oder bei den französischen Elektrizitätswerken beziehungsweise beim Nuklearkonzern Areva unter Vertrag stehen. Von solchen Leuten darf man nicht erwarten, dass sie freiwillig zugeben, dass Bandaschewskis Arbeiten Beachtung verdienen. Auf lange Sicht liest sich die offizielle Bilanz eher beruhigend, aber die Betroffenen sehen keine Verbesserungen, im Gegenteil. Wie kann man seine Zukunft in einer verseuchten Umgebung planen, deren Gefahr der Mensch mit seinen Sinnen gar nicht wahrnehmen kann? Aus dieser Krise, diesem Unfall, haben wir zwei Dinge gelernt. Am wichtigsten ist zunächst der richtige Umgang mit der Krise, während der ersten paar Monate nach Ankunft der radioaktiven Wolke. Das zweite ist, dass sich die Hauptauswirkungen eines solchen Unglücks auf einen Radius von 50 bis 70 Kilometer um die betroffene Anlage beschränken. Dieses Gebiet ist am stärksten bedroht. Anderswo ist die Situation durch geeignete Massnahmen zu bewältigen. Wir wissen auch um die übermäßige Angst der Bevölkerung. Das Unglück hatte zwar ernste Konsequenzen, vor allem für Kinder, aber nicht für den Hauptteil der Bevölkerung. Ich spreche von allen Bevölkerungen, nicht nur in Griechenland, sondern überall. Die Konsequenzen waren weniger schlimm, als die Leute glauben. Aber es hatte natürlich gravierende Folgen, vor allem für Kinder. Der Bericht der IAEO kommt zu dem Schluss, dass über 4000 Personen möglicherweise aufgrund der radioaktiven Exposition im Rahmen des Reaktorunfalls in Tschernobyl starben. Weniger als 50 Tote wurden von der IAEO direkt mit der durch die Reaktorkatastrophe verursachten Strahlung in Verbindung gebracht. Heute weiß man schon gar nicht mehr, wovon die Rede ist. Die letzten Studien der IAEO wurden an Liquidatoren durchgeführt, nicht an der Bevölkerung aus dem Umkreis. Von den Leuten, mit denen wir hier häufig zu tun haben, weiß ich nur, dass sich aus ihrem Schnupfen schnell mehr entwickelt. Die Leute husten und liegen drei Tage später mit Lungenentzündung flach. Wir konnten oft beobachten, dass Krankheiten schneller chronisch werden. Man hört auch immer mal wieder von jemandem, der zu einer Operation fährt. Viele haben Probleme mit der Schilddrüse und viele leiden unter Herzproblemen. Die Leute klagen ständig darüber. Wir sehen die Kranken nicht direkt, da es bei unserer Aktion nicht in erster Linie um den Gesundheitsaspekt geht. Aber alle Ärzte, die wir treffen, erzählen uns, dass es ein echtes medizinisches Problem gibt und alle Kinder krank sind. Bis heute gibt es keine offizielle Reaktion der Europäischen Union auf diese Berichte. Die wahren Konsequenzen, die wahren Effekte dieses Unfalls in der Umwelt oder auch was die Gesundheit von Menschen angeht, die finden sich sicher noch nicht in diesem Bericht der IAR. Viele Menschen haben in diesem Sperrgebiet, in dieser Zone gearbeitet, ohne dass ihnen die Gefahren für ihr Leben und ihre Gesundheit bekannt. Und man hat ja bis heute, obwohl jetzt ja alle Reaktoren da auch stillgelegt worden sind, man hat bis heute noch nicht mal die wesentlichen Voraussetzungen dafür geschaffen, dass man den Müll, der ja da in großen Mengen anfällt, durch Rückbau, aber auch immer noch als Folge des Unfalls der Explosion, dass man überhaupt diesen Müll sicher lagern kann. Und auch westeuropäische Firmen, die versuchen, diese Anlagen dort zu bauen, diese westeuropäischen Firmen, haben es nicht geschafft, Zwischenlager oder Behandlungsanlagen verfügbar zu machen. Ich weiß nicht, ob davon die größte Gefahr ausgeht. Ich habe in diesem Sommer gesehen, dass die Feuerwehrwagen gar nicht mehr in die Garagen fuhren, weil es so heiß und trocken war. Wegen des Windes hatte man Angst, dass sich Waldbrände entwickeln könnten. Wenn der Wald des kontaminierten Gebiets abbrennen würde, würde das zu einer erneuten massiven Kontaminierung führen. Davon wäre nicht nur das weißrussische Gebiet betroffen, sondern ein weit größeres Areal. Ich denke, dass in Zukunft solche primitiven Atomkraftwerke wie in Tschernobyl nicht mehr gebaut werden. Aber ich denke auch, dass man sowieso keine vollkommen sicheren Atomkraftwerke bauen kann. Ein Kernkraftwerk ist nur für 30 Jahre ausgelegt. Nach 30 Jahren sollte es vom Netz genommen, abgerissen und als Atommüll entsorgt werden. Jedes Kernkraftwerk stellt Atommüll dar. In 10 Jahren müssten somit 220 Kernkraftwerke vom Netz. Kernkraftwerke haben keine große Zukunft mehr. Es sei denn, dass wir in 10 Jahren vielleicht die Kernfusion einsetzen. Bei dieser Art der Energieerzeugung hat man nicht all diese Probleme, wie wir sie bei der Kernspaltung haben. Aber wir bekommen die Kernfusion erst in frühestens 10 Jahren. Sie ist eine völlig andere Art der Atomenergie als die, gegen die ich hier argumentiere. Der Staat sollte den Ärzten ständig eine besondere Ausbildung zur Ersthilfe für den Fall eines Unfalls in einem Atomkraftwerk ermöglichen. Außerdem sollte er sie laufend mit Informationen versorgen. Soviel ich weiß, trifft jedoch nicht einmal Frankreich, das die meisten Atomkraftwerke der Welt hat, Maßnahmen in dieser Richtung. Wir haben die meisten zufrieden, französisch zu machen. Deshalb bin ich jetzt auch toll, und wir schauen kurz kurz nachecken. Dr. Er ist ein kleines Bauch mittäusch vom L главengründen. Dr. Er ist ein kleines Bauch haben, eine dieelopen. In der Europa wird es nur noch in einem Geburt. Was macht man später mit diesen radioaktiv verseuchten Gebieten? Norwegen hat sich zur Teilnahme an einer Reihe von Seminaren angemeldet, die heute von der EU organisiert werden, also erst 20 Jahre danach. Die Frage ist, weshalb erst nach so langer Zeit. Aber jetzt beginnt man, sich für eine Art Nachbereitung der Krise zu interessieren. Als die Krise aktuell war, hat man sich nicht damit befasst, also zu der Zeit, als es um die Evakuierung von Menschen ging und man sich fragte, wie viel Platz in Zügen und Bussen zur Verfügung stehen müsste. Aber was geschieht später mit diesen Gebieten, die weiterhin radioaktiv verseucht sind? Ich glaube, wir brauchen diese Maßnahmen noch 10, vielleicht auch 20 Jahre oder noch länger. Wir haben ja gesehen, die Halbwertszeit der verschiedenen Elemente, die in unserer Umwelt sind, wird immer länger. Man muss wirklich hinaus in die Natur gehen und die Mengen bestimmen, Jahr für Jahr, und das über einen langen Zeitraum hinweg. So kann man feststellen, wie hoch die radioaktive Belastung wirklich ist und kann Berechnungen über die ökologische Halbwertszeit anstellen. Jetzt liegt der Reaktorunfall schon 20 Jahre zurück und es gibt immer noch Probleme. Dieses Jahr wurden Rentiere untersucht, die eine radioaktive Belastung von fast 7000 Becquerel pro Kilo Fleisch aufwiesen. Aber auch Schafe sind weiterhin betroffen, sowie Ziegen und Kuhmilch. Es ist immer noch ein Problem, unterhalb der zulässigen Grenzwerte zu bleiben. Die Menschen wollen in ihrer Heimat leben und nicht irgendwo anders neu anfangen. Das ist der mobile Schlachthof. Wie Sie sehen, ist es ein großer Lastwagen. Der Wagen wird hier aufgestellt und im Inneren befindet sich eine komplette Schlachtanlage. Die radioaktive Belastung der Samis ist um ein Vielfaches höher als bei anderen Norwegern. Die Samis essen sehr viel Rentierfleisch und die Rentiere fressen Flechten, die besonders stark mit Cäsium verseucht sind. In den letzten sechs Jahren ist die Konzentration in den Körpern der Samis etwa gleich hoch geblieben. Ihre radioaktive Belastung lässt sich mit der der weißrussischen Bevölkerung vergleichen. Das stimmt für die Dosis, aber die Zusammensetzung der Radionuklide ist anders. Es ist schon merkwürdig, dass man bei den Kindern, die nach 1986 geboren wurden, nicht weiter untersucht hat, ob es Auswirkungen auf ihre Entwicklung hatte. Keiner hat den Eltern gesagt, dass sie darauf achten müssen. Bei den Grenzwerten stützen wir uns auf die Angaben von Professor Nesterenko vom Belrad-Institut in Minsk. Er vertritt die Ansicht, dass eine Belastung unter 20 Becquerel für Weissrussland vertretbar ist. Zwischen 20 und 70 Becquerel entspräche einer Gruppe, die man überwachen müsste. Oberhalb von 70 Becquerel, normalerweise runden wir den Wert auf 100 auf, beginnt für Kinder eine Belastung, mit der sie als Risikogruppe eingestuft werden. Durch die Einführung eines Präventionssystems konnten wir sehr schnell unter diesen sogenannten Grenzwert von 100 Becquerel pro Kilogramm Körpergewicht kommen. Aber danach ist es sehr langwierig und schwierig, von 100 bis hinunter auf 20 oder gar 10 Becquerel zu kommen. Wir waren Versuchskaninchen. Die Rentierherden wie die Menschen. Wir kamen uns vor, als wollten sie uns loswerden. Aber sie haben uns hier nicht wegbekommen, auch nicht nach Tschernobyl. Schließlich haben wir uns gewehrt. Die Rentierzucht ist etwas unglaublich Schönes. Das Volk und die Tiere gehören zusammen. Unsere Lebensweise und unsere Kultur sind so eng miteinander verflochten, dass wir ohne sie nicht leben können. So wichtig ist das alles für uns. Ja, das ist das wichtig. Ja. In Weißrussland leben zwei Millionen Menschen in Gebieten, die in vier Kontaminationsstufen eingeteilt sind, bis hin zu einer verbotenen Zone. Die Wälder sind stark kontaminiert und auch die Belastung durch radioaktiv verseuchten Staub in der Umgebung des Kernkraftwerks ist nicht unerheblich. Dennoch werden die Menschen heute fast nur noch über die Nahrung kontaminiert. Wenn sie gezwungen sind, in einer kontaminierten Umgebung wie in Weißrussland zu leben und nicht das Geld haben, sich im Supermarkt mit unbelasteten Lebensmitteln einzudecken, sondern Selbstversorger sind, dann müssen sie sich auf andere Weise schützen. Wir können den Leuten zwar erklären, dass sie die Milch zentrifugieren sollen, aber dadurch büßt sie auch die Hälfte ihres Energiegehaltes ein. Sie dürfen auch keine Pilze oder Bären mehr sammeln, die aber für diese Menschen einen grossen Reichtum darstellen, da sie sie verkaufen. Das muss man ihnen verbieten, ebenso wie in stehenden Gewässern zu fischen. Es gibt alle diese Vorschriften, aber für die betroffenen Familien sind sie mit grossen wirtschaftlichen Verlusten verbunden. Wenn man einen Monat kein Cäsium zu sich nimmt, vermindert sich der Cäsiumgehalt im Körper um 15 Prozent. Nach sechs Monaten ist die Konzentration schon extrem niedrig und damit wird auch das Risiko sehr klein. Es gibt auch eine ergänzende Maßnahme in den Schulen. Sie besteht darin, den Kindern kurmässig Apfelpektin zu verabreichen. In der Ukraine wurde ausgiebig davon Gebrauch gemacht. In Weissrussland wurde schon rund 200.000 Kindern Apfelpektin gegeben. Bei diesen Kindern kann, das wurde wissenschaftlich nachgewiesen, die Cäsiumbelastung ihres Organismus auf zwei Drittel bis die Hälfte gesenkt und damit das Risiko für schwere klinische Komplikationen stark vermindert werden. Wenn die ukrainische Regierung Apfelpektin an die Kinder ausgibt, nimmt daran niemand Anstoß. Wenn die Russen Pektin verordnen, wehrt sich auch niemand. In Weissrussland dagegen gibt es ein Institut, das ohne jeglichen wissenschaftlichen Nachweis Propaganda betreibt und behauptet, es sei unethisch, Pektin zu geben. Man darf dabei eben nicht vergessen, dass die Verabreichung der Apfelpektin-Kur voraussetzt, dass man die Gesundheitsschädlichkeit von Cäsium offen zugibt. Was in Weissrussland geschehen ist, würde nach so einem Unfall auch in jedem anderen, von Atomkraft abhängigen Land passieren. Es folgt eine unglaubliche Destabilisierung und Abwertung alles Lebenden. Wir dürfen nicht vergessen, dass die Wirtschaft Weissrusslands weitgehend auf Landwirtschaft basiert. Ähnlich wie Frankreich, das ebenfalls zu etwa 50 Prozent von seinen Agrarexporten abhängig ist. Auch in Frankreich wären alle Agrarprodukte auf einen Schlag wertlos. Wäre ein solcher Unfall bei uns passiert, hätten wir feststellen müssen, dass einiges, was in Weissrussland funktioniert hat, bei uns so nicht ginge. Zum Beispiel wüssten wir nicht, woher wir 600.000 bis 800.000 Liquidatoren, die Aufräumhelfer hätten, nehmen sollen. Ich bezweifle, dass die meisten Leute heute daran denken, wenn sie auf den Stromschalter drücken. Ziemlich ein bisschen, wie sie aber noch nicht. Das war ein bisschen. Das war ein bisschen. Ich weiß, dass die meisten Leute hierher verraten sind. Daher sind wir auch nicht. Ich weiß, dass sie hierher leben können. Das ist wirklich besser. Das ist etwas ... Das ist etwas zu tun. Das ist die Verrussland. Daher ist die Verrussland. Das ist die Verrussland. Schwerfen. Das ist die Verrussland. In der verbotenen Zone und an einzelnen Stellen in den kontaminierten Gebieten findet man diverse Radionuklide, wie verschiedene Arten von Plutonium, die Lungenkrebs auslösen können. Das Plutonium-239, dessen Halbwertszeit 24.000 Jahre beträgt. Eine unvorstellbar lange Zeit. Aber auch das Plutonium-241 mit einer Halbwertszeit von 14 Jahren. Bei seiner Zersetzung bildet sich außerdem Amaritium, das eine Halbwertszeit von 540 Jahren hat, also eine Gesamtlebensdauer von 5400 Jahren. Amaritium ist ebenso radio-toxisch wie Plutonium. Zur Hoffnung verdammt, so drückte ein Bewohner dieser Region seine Situation aus. Ein Unfall der Zeit und in diesem Sinne prophetisch, sagte Paul Virilio. Die Reaktorkatastrophe von Tschernobyl ist ein Krieg. Schleichend und ohne Waffenstillstand. Schleichend und ohne Waffenstillstand. Schleichend und ohne Waffenstillstand. Beng her. Komm schon. Sie sehen. Einen kleinen Jägen kannst du mir dir. Es gibt noch ein Ding dazu. Ich habe einen kleinen Jahr verschont. Einen. Schalz? Oh, der ist ein kleiner Schaukroß. Und hier noch ein Schaukroß. Das ist ein Schaukroß. Untertitelung des ZDF, 2020